Waren Sie Feuer, das war die Headline, die Herrn und Frau Österreicher ab Mitte Oktober aus allen Zeitungen entgegenleuchtete. Auch im Radio wurde darauf hingewiesen, dass der Tag des Kachelofens vor der Tür stand. Waren Sie Feuer, am Tag des Kachelofens am 18. und 19. Oktober bei Ihrem Hafnermeister. Und natürlich haben wir auch in diesem Jahr wieder einige von Ihnen besucht, um zu sehen, auf welche Ideen denn Sie selber gekommen sind, um diese umfangreiche Werbung auch noch zu unterstützen. Die erste Station, Vasen bei Upps. Hier hatte die Firma Hafnatec gleich die ganze Umgebung eingeladen, denn es gab wirklich was zu sehen. Ein völlig neues Firmengelände nämlich. Mehr als 1000 Besucher kamen und erlebten bei Führungen und Vorträgen mehr als nur ein Highlight. Die wichtigsten Highlights sind bei uns natürlich Kachelüben. Es gibt zum einen hier das Hafnerbett, wo wir es geschafft haben, mit einer ganz niederen Konstruktionshöhe durchzukommen, wo sogar das Rauchgas unter der Fundamentplatte abgeführt wird. Das zweite ist natürlich unsere Hafner Bar. Das ist der längste Kachelofen der Welt, wo es uns gelungen ist, eine Bar in Form eines Kachelofens herzustellen mit einer letztendlichen Ausdehnungslänge von fast 13 Metern. Auch im 60 Kilometer entfernten Böheimkirchen hat der Hafnermeister Summitsberger die Bürger in der Region nicht nur zum Besuch seines Schauraums eingeladen. An beiden Tagen wartete ein reichhaltiges Programm auf die Gäste. Am Freitagabend gab es außer Kachelöfen und Fliesen sogar Kleidermode zu sehen. Also wir haben eine Hausmesse organisiert mit verschiedenen Aktivitäten, angefangen mit Pizzakostproben vom Holzbackofen eben da. Für die kleinen Gäste haben wir eine Bastel-Ecke. Draußen vorm Haus brennt schon das Feuer für Steckerlblotgrillen. Also auch, dass die Kinder ihren Spaß haben. Am Abend heute haben wir eine Modenschau. Ein benachbartes Modelgeschäft ist da sehr aktiv. Also somit, glaube ich, ist für jeden etwas dabei. In Neulenkbach ließen die Besucherzahlen in diesem bekannten Betrieb eher zu wünschen übrig. Dabei hatte Juniorchef Wolfgang Hallach dafür gesorgt, dass der Tag des Kachelofens nicht nur in den Zeitungen und im Radio, sondern auch noch im Frühstücksfernsehen bekannt gemacht wurde. Er nutzte seinen Kontakt mit dem Musikchef des Senders für bundesweite Promotion. Ja, der Herr Doppelbauer hat mich kennengelernt und ein bisschen erzählt über unsere Branche und über unsere Materie. Und er war so begeistert, dass er gleich vorgeschlagen hat, lasst uns doch ein Interview zu euren tollen Produkten machen. Und so hat sich der Termin ergeben und wir haben freudig berichten können von einem schönen, modernen Kachelofenbau. Weiter geht's in den 21. Bezirk in Wien. In der Brünerstraße hat die alteingesessene Hafnerrei Spindler ihren Sitz. Dort gab's am Tag des Kachelofens nicht nur Sonderangebote für Kunden, sondern auch eine Aktion für Architekten. Wir bieten speziell für diese zwei Tage Gutscheinaktionen an mit 20, 15 und 10 Prozent, gültig für ein ganzes Jahr. Dann gibt's noch eine besondere Kundengruppe, sehr wichtig immer für Hafner, wird manchmal auch unterschätzt. Das sind die Architekten. Da gibt's auch was Besonderes. Ganz genau. In erster Linie haben wir mit den Architekten anhand von Plänen zu tun. Daher habe ich unsere bekannten, zusammenarbeitenden Architekten eingeladen, am Objekt sich genauer zu informieren. Dafür bieten wir dann auch als Dankeschön fürs Kommen ein Genießerpaket an. Das ist eben ein Paket mit zwei Flaschen guten Wein zum Genießen und zusätzlich die tolle CD vom Kachelofenverband. Und es waren auch schon welche da? Ja, natürlich. Manche Aktionen waren durchaus überraschend. Zum Beispiel werden Sie sich fragen, was macht der Kachelofenverband beim Merkur? Außer vielleicht den berühmten Werbespruch aufzugreifen, den diese Handelskette hat, den der geheimnisvolle Mann von sich gibt, der dann sagt, es ist verdammt schwer, der Beste zu sein. Nein, im Ernst. Hier hatte ein Hafnermeister in Wiener Neustadt eine tolle Idee, seine Werbung für den Tag des Kachelofens zu platzieren. Ich zeige Ihnen das mal. Tausende Kunden wunderten sich über eine Art Ofeninsel, die unmittelbar beim Eingang in den Supermarkt aufgestellt wurde. Hafnermeister Rudolf Golobinjek hatte an dem zentralen Einkaufstempel in Wiener Neustadt für den Tag des Kachelofens geworben, obwohl er schon im letzten Jahr mit dem Besuchserfolg gar nicht zufrieden war. Und so wollten wir ursprünglich heuer gar nicht mehr mitmachen, aber mein jüngerer Sohn, der frisch diplomiert im heurigen Jahr das Colleg in Stob verlassen hat und momentan aktiv voll bei mir im Betrieb eingestiegen ist, hat er gesagt, na Papa, du einmal probieren wir es noch. Die Ausstellung direkt im Merkurmarkt wurde schon angenommen. Wir haben einige Telefonkontakte, wir haben schon auch in den 14 Tagen jetzt vor dem Tag des Kachelofens die eine oder andere Kundschaft direkt dieser Aktion zuordnen können, wobei ich sage, es hat jeder eigentlich direkt auf die Ofen angesprochen. Es hat kaum einer den Hinweis, obwohl wir es wirklich groß dargestellt haben, den Hinweis auf den Tag des Kachelofens gesehen. Letzter Besuchsort der 18. Bezirk in Wien. Als Samstagabends für die meisten der Tag des Kachelofens schon vorbei war, ging es hier erst richtig los. Drei Hafnerbetriebe hatten zur Schauraumeröffnung geladen. Tja, der Wiener Ofen ist ein Experiment, nennen wir es einmal so. Es ist auf jeden Fall der Versuch, den Kachelofen in Wien wieder eine neue Plattform zu geben, um ihn auch zu stärken und ihn als Heizform auch wieder attraktiv zu machen. Darüber zeigte sich sogar der Bezirksvorsteher begeistert und wünschte den Betrieben von Robert Kopetzki, Werner Bayer, Robert Kotz und Felix Winkler gute Erfolge. Einen ersten konnten sie mit fast 100 Besuchern dieser Schlussveranstaltung am Tag des Kachelofens bereits verbuchen. 焦 Leil 1 3 4 5